Es ist Freitag und endlich Zeit fürs Wochenende. Das Wetter sieht schön, zumindest mal in Frankfurt sieht es gut aus und dementsprechend gucken wir natürlich als erstes mal auf den DAX. Der sieht auch ganz gut aus heute. Also gute Nachrichten schon vor dem Wochenende. Mich haben einige Nachrichten und Feedbacks von euch erreicht, nicht nur jetzt zum letzten Video, sondern jüngst und deshalb passt es ganz gut. Ich hatte heute am Freitag einen Interviewtermin mit Chimisusan. Einige von euch wissen das noch. In Japan bin ich regelmäßig im Fernsehen zu sehen und jetzt wo ich in Deutschland bin natürlich dann zugeschaltet. Das Thema heute war unter anderem der S&P. Chimisusan fragte, Mensch wir haben die meisten Shorts seit Oktober 2011 beim S&P. Wie kann das denn sein und was ist daraus zu erwarten? Sein Bezug galt dazu CarMax. Das ist eine Aktie, die ist in den letzten Tagen enorm gestiegen. Mal gucken, ob ich sie hier schon parat habe. Da haben wir es, nachdem die sehr gute Zahlen genannt hatten. Das ist eine Aktie, die extrem geshortet wurde. Was ihr hier seht, ist nichts anderes als ein Short Squeeze. So, warum erwähne ich das Ganze? Die Fragen, die ich jüngst erhalten habe, ist Mensch, der Markt ist doch nach oben gegangen. Was redest du denn da immer? Punkt 1, diese Videos sind ja eigentlich so ein Update am Nachmittag. Das heißt, wenn ich hier sage, ich rede von abwärts, dann rede ich für heute Nachmittag vielleicht auch die nächsten zwei, drei Tage für abwärts nicht so sehr im großen Bild. Trotz alledem will ich das heute gerne mal ein bisschen ändern. Wir gucken mal eine Stufe größer. Jetzt vor dem Wochenende können wir natürlich gleich auch noch mal einen kurzen Blick darauf werfen, was zu erwarten ist. Also, wenn ihr mich hier reden hört auf diesen Videos, die ihr nachmittags hier von mir zu den Charts bekommt, ist das eine Einschätzung, die sich auf die nächsten Stunden bezieht, vielleicht Tage bezieht auch noch, aber eben nicht für das ganz große Bild. Also bitte nicht in Rage geraten, wenn ich mal sage, oh jetzt geht es runter, das sieht böse aus. Nein, der insgesamt die Markt sieht sehr gut aus. Ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass auch der DAX in Kürze auf neue Allzeithochs unterwegs ist. Ich habe hier mal ein Szenario gezeichnet, das in etwa vielleicht sogar bis um die 18.000 hier reicht. Die Frage, die wird allerdings sein, ob er vorher noch mal einen Ausflug nach unten macht. Das kann ich mir vorstellen. Dafür gibt es aktuell keine Anzeichen. Es wäre aber nicht untypisch, wenn er das macht. Also wenn ich dieses Szenario hier zeichne, ist das keine Ankündigung, dass das passiert, sondern es ist nur, das wäre durchaus typisch, solange nichts dafür spricht, aber bitte, bitte nicht traden. Also jetzt nicht auf die Short-Seite wechseln, weil ich da mal was Blaues nach unten gemalt habe im großen Bild. Aber es wäre ein Szenario. Das andere Szenario ist Pustekuchen. Wir sind gleich auf dem Weg nach oben einfach bullisch bleiben. Die interne Bewegung und die übergeordnete Bewegung, die sind natürlich zusammenpassend, aber möglicherweise manchmal in eine andere Richtung. Ihr seht, ich habe hier mal ein Beispiel von gestern, glaube ich, sogar noch die Zeichnung drin. Kann sein, dass ihr das gesehen hattet im Video. Ich weiß es nicht, ob ich es im Video gesagt hätte. Solange der Kurs einfach nur ein bisschen runterkommt, ist das ja alles immer noch ein bullisches Zeichen hier für die Anstiegsseite beim DAX und beste Voraussetzung hier für nach oben. Also es gibt aktuell keine Anzeichen für nach unten. Und jetzt schon mal der Hinweis, der sich erinnert, Mensch, hat der nicht erzählt, der DAX 8000? Auch das ist keine Ankündigung, dass das passiert, sondern wir müssen nur wissen, welche Optionen hat der Markt? Was wären die entsprechenden Ziele? Wo platziere ich entsprechend meinen Stopp? Wenn ich mit so einer Bewegung rechne, weiß ich, es kommen nur zwei sinnvolle Stops in Frage. Entweder ein relativ enger, damit ich das nicht überlebe, vorher meine Gewinne mitnehme. Oder ein relativ weiter, damit ich das überlebe und nachher einfach sagen kann, aber dann steigt es ja wieder. Dafür sind diese Überlegungen. Damit ihr überlegen könnt, wollt ihr eng stoppen und nicht aussitzen? Oder sagt ihr, nö, nö, ich sitze lieber aus und freue mich. Insgesamt sind wir doch auf dem bullischen Markt unterwegs. Das gleiche gilt übrigens auch für das 8000er Szenario. Nur ganz kurz noch mal das gezeigt. Also dieses Szenario könnte durchaus auch so noch aussehen. Das ist absolut nicht abwegig. Ich weiß, viele finden das total doof. Aber auch dann hätten wir noch eine Chance, dass es weiter nach oben geht. Für heute ist das aber überhaupt kein relevantes Szenario. Gar nicht. Denn im Moment wären Rücksetzer auch bis da unten. Bis 14.000, 13.800. Die Zahlen habe ich ja häufig genannt hier. Ich kann es noch mal kurz groß machen, aber es ändert sich ja nicht von Tag zu Tag. Bis dahin wäre es immer auch noch gut, gut möglich, dass es ein bullisches Szenario ist. Das heißt, dieses Szenario ist nach wie vor ein mögliches, aber ja keins, was sich jetzt handeln sollte. Wie auch? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Der Markt steigt doch. Da geht doch nicht short. Short würde ich gehen, wenn ich scharf nach unten gehe und korrektiv nach oben. Wo gehen wir hier im größeren Bild? Im kleinen für Intraday? Okay. Aber wo gehen wir hier im größeren irgendwie gerade scharf nach unten? Ja, wir gehen ja überhaupt nicht nach unten. Also brauche ich mir auch nicht darüber Gedanken zu machen, ob das eine scharfe oder eine korrektive Bewegung ist. Also insofern, dieses Szenario ist nicht vom Tisch, aber es ist für den Moment völlig unrelevant. Ja, das war damals relevant zu dem Zeitpunkt, wo wir gewisse Marken angesteuert haben, wo wir gesagt haben, oh, jetzt müssen wir genau hingucken. Dieses Szenario wird wieder relevant, wenn wir hier sind. Dann hätten wir nämlich einen Dreiweller zum Beispiel runter, einen Dreiweller nach oben und dann wird entschieden, ob der Markt weitergeht oder nicht. Dann brauchen wir das hier. Aktuell ist die Diskussion um die 8.000 gar nicht so wichtig, denn im Moment steht das nicht vorzüglich auf dem Programm. Wenn sich das ändert, können wir darüber reden. Dafür müsste der Markt aber deutlich unter die 14.000 gehen, 13.000 sehen. Dann können wir, wenn er die ansteuert, ernsthaft über die 8.000 reden. Vorher ist das überhaupt nicht notwendig und nicht Ziel dieser Übung. Ich hoffe, ihr versteht das ein bisschen. Ich weiß, es ist komisch. Dann redet er mal von Long, dann mal von Short. Ja, was soll man denn jetzt machen? Deshalb zeige ich euch ja, dass damit ihr versteht, wie wir als Händler darüber reden, nicht als Analyst, als Analyst, ist egal, aber als Händler darüber reden, wie reagiere ich denn auf der, ab wann reagiere ich wie, auf welche Bewegung. So, jetzt kommen wir in das kürzerfristige Bild beim DAX und da muss ich sagen, es sieht immer noch recht stark nach oben aus. Es kann sein, gehen wir mal hier auf den DAX Future, es kann sein, dass er jetzt vom Wochenende noch mal so ein bisschen was verliert. Das werden wir allerdings wohl nicht mehr groß beim DAX erleben, denn der macht bald Feierabend, sondern diese Bewegung würde dann aus Amerika quasi rüberschwappen und den DAX Future in die Abendstunden halt auch noch mal ein bisschen runterziehen. Wenn er es überhaupt macht. Das gucken wir uns gleich in Amerika an. Aber auch das ist fürs übergeordnete Bild nicht schädlich. Ihr denkt an die Marke, die ich jetzt mehrmals genannt habe, die vom 22. März, die war bei 15.300 beim Index bzw. 460 beim Future. Solange er oberhalb dieser 22. März-Hochspitze hier bleibt, ist alles in Ordnung. Kein Grund zur Sorge, kein Grund zur Panik. So, jetzt wollen wir noch kurz auf die Amerikaner gucken für das aktuelle Bild und auch hier noch mal ganz kurz. Der Dow Jones ist aktuell auf einem bullischen Pfad unterwegs. Grobe Zielrichtung. Aus meiner Sicht ist 38.000 neue Allzeithochs. Yeah. Ich bin nicht bärisch. Also bitte interpretiert nicht, wenn ich mal sage, oh, sieht aber doof aus. Das sieht doch richtig nach negativ aus. Ja, das mag schon sein. Aber das ist im 5-Minuten-Chart für heute. Vielleicht sogar noch für Montag. Aber eben nicht für die nächsten Wochen. Also, dass ihr das richtig einschätzt. Ich mache in diesen Videos immer wieder mal das übergeordnete Bild. Ich mache es mal kurz groß. Dann könnt ihr ja notfalls auf Pause, wenn ihr die Werte ablesen wollt und euch das noch mal genau angucken wollt. Aber wir haben es mehrmals ja auch erwähnt an verschiedenen Stellen. Also insofern denke ich mal, seid ihr euch dessen gewahr. Das heißt nicht, dass der Kurs auf dem Weg dahin nicht zwischendurch mal Pausen macht. Das hat er ja hier auch gemacht. Hier, da so. Manch einer sieht das manchmal besser, wenn man das im Linien-Chart macht. Dann seht ihr hier, da sind so zwischendurch Rückseite. Das wird hier auch passieren. Aber die sind ja nicht giftig für den Long-Anstieg jetzt hier. Warum arbeite ich nicht generell mit dem Linien-Chart? Der ist doch viel besser. Nee, der ist nicht viel besser, weil der ist nicht original. Guckt, wo das hoch ist. Und jetzt gucken wir mal, wo in Wirklichkeit das hoch ist. Das lag drüber. Jetzt in dem Fall ist der Abstand nicht so groß. Aber an anderen Stellen, hier seht ihr, da sind fallende Tiefs. In Wirklichkeit sind das aber steigende Tiefs. Also bitte arbeitet nicht mit dem Linien-Chart, wenn ihr nicht unbedingt müsst. Ja, denn der ist nicht original. Der bezieht sich nur auf den Schlusskurs und in Wirklichkeit zählt das, wo der Kurs war und nicht, wo der mal geschlossen hatte. So, aber das ist ein anderes Thema. Ihr seht da, Jones, ich bin bullish. Das ist, was soll man denn hier anders sagen, als dass das, diese Pause und dann das, also das da hinten wissen wir noch nicht, aber dieser Anstieg und dann jetzt diese Geschichte. Also bullischer kann man doch eigentlich nicht unterwegs sein. Impuls nach oben, Korrektur nach unten. Er bricht so langsam jedwede an dieser Form oder Zwischenniveaus hier nach oben. Das sieht gut aus. Intraday, nein, sieht nicht gut aus. Sieht eher jetzt nach abwärts aus. Ich habe hier die Zeichnung noch drin. Ich hatte gesagt, entweder geht er sofort runter. Das hat er offensichtlich nicht gemacht. Oder er geht noch mal hoch und später runter. Dieses Szenario finde ich nach wie vor gut. Ich gehe also nach wie vor davon aus, dass er in den nächsten Stunden oder Tagen noch mal runter geht. Einfach so ähnlich wie hier mal eine kleine Pause macht und dann kann er ja danach wieder nach oben gehen. Da sind wir in dem, was ich übergeordnet gesagt habe. Dann lass ihn doch mal eine Pause machen. Solange er März 22, also 22. März, nicht im März 2022, sorry, dieses Jahr, 22. März, nicht unterschreitet, gibt es für mich keinen Grund, ins bärische Lager zu wechseln, in dem größeren Bild. Wenn er das machen sollte, dann mal gucken. Da muss man gucken, wie er es gemacht hat. Aber solange er oberhalb bleibt, muss ich mir darüber keine Gedanken machen. Wenn ihr also sagt, das wäre mir zu tief ein Rücksetzer, dann braucht ihr engere Stops. Die zieht ihr dann halt zum Beispiel Supertrend Parabolik hier irgendwie hinterher und sagt euch, das will ich nicht aussitzen. Wenn ihr sagt, nö, nö, das ist schon in Ordnung, dann braucht ihr aber einen Stopp, der da drunter liegt. Dann Rücksetzer bis dahin sind ja normal. Deshalb mache ich das immer, dass ich diese Marken erwähne und damit ihr, viele sagen, zeigt doch den Wert. Ich kann euch den Wert sagen, aber das ist der Dow Future Juni-Kontrakt. Wenn ihr mit einem CFD unterwegs seid, müsst ihr gucken, ob euer CFD-Broker die gleichen Werte verwendet. Guckt selber im Chart nach, dann findet ihr es leichter. Der Dow Juni-Kontrakt, 33.000 das hoch. So, also insofern hoffe ich, dass euch das ein bisschen hilft, wie man diese Einschätzung eben vornehmen kann. Wie gesagt, aktuell, ich würde mich nicht wundern, wenn er jetzt noch mal ein bisschen runtergeht. Das täte dem Markt eigentlich ganz gut, aber anschließend gehe ich eher davon aus, dass wir auch, wenn er eine Pause macht, hier wie groß auch immer die ist, so eine ungefähre Idee, dass wir vielleicht die 33.600 hier noch mal sehen. Würde mich nicht wundern, fände ich ganz praktisch. Vielleicht wird es auch ein bisschen mehr, vielleicht auch nicht, aber irgendwie sowas in dieser Art wäre durchaus typisch. Ist das ein Trade? Nö. Also das trade ich sowieso nicht. Wenn, dann würde ich höchstens traden, wenn er ein 5 Weller runter macht, anschließend korrektiv nach oben geht, dann würde ich erwarten, dass wenn er das Zwischentief durchstößt, das, was er vorne gemacht hat, da hinten noch mal passiert und das könnte ja dann locker eben bis hierhin 3.750, dann wären wir ja sogar noch höher, das könnte sogar noch tiefer gehen als das. Das ist nur ein Beispiel, wie das aussehen müsste, damit ihr seht, wie wir handeln. Das ist der Grund, warum ich euch nicht jede Minute einen neuen Trade vorschlage, weil das muss er erst tun. Geht doch jetzt nicht schon short. Ja, aber du hast doch gesagt, geht eh tiefer. Naja, wenn ich ihn jetzt einfach shorte, dann gehört der Stop hier oben hin. Wenn ich warte, dass er das macht, dann kann ich hier stoppen oder von mir aus auch da habe ich einen engeren Stop, größere Position, mehr Wumms untenrum. Klingt eigenartig, wenn man das so sagt, mehr Wumms untenrum, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach durch die größere Positionsgröße, auch beim späteren Einstieg gegebenenfalls noch mehr Power hat, als wenn ich sofort einsteige. Ja, ich will das nicht verpassen. Hab keine Sorge, es gibt jederzeit wieder neue Situation. Warum habe ich das eingangs mit Chemie-Sustan erzählt und dem Short-Muster? Ich habe euch gesagt, dass mir dieses Muster nicht gut gefällt. Es zeigt sich, dass das ein klassisches Korrektivverlaufsmuster ist. Das inzwischen ja, theoretisch kann man auch das noch nehmen. So sehen korrektive Verläufe aus. Das ist der S&P seit Oktober. DAX und DAO waren hier wie im Impuls nach oben gekommen. Das sieht nicht danach aus. Auch intern sieht das nicht danach aus. An vielen Stellen sieht das doof aus. Warum sieht das doof aus? Weil die Marktteilnehmer offensichtlich dem Braten nicht trauen. Deshalb haben sie auch viele Shorts im S&P 500 aufgebaut. Rechnen also damit, dass der Markt noch mal nach unten weggeht. Keine privaten, sondern die großen Player. Im COT-Bericht war das zu sehen. Ja, also das sind das, was die Commitment of Traders, wo die großen Player sagen, was sie gerade tun. So, das heißt, viele große Player sind im Moment auf der Short-Seite, weil sie eben sehen, das ist nicht gut. Ich finde das nicht so smart. Gut, wir haben den Vorteil, dass wir eben nicht super groß sind und dementsprechend auch schneller reagieren können. Aber ich finde jetzt Short-eingerichtet zu sein, nicht so smart. Der Markt geht ja nach oben. Und noch ist nicht zu erkennen, dass der Kurs dreht. Ich warte immer gerne auf die ersten Anzeichen. Ich will sehen, dass der Markt generell dreht. Dann mache ich mit. Und jetzt kommt das Spannende. Wie passt das zusammen? Hier bist du total doof drauf. Der DAO macht einen guten Eindruck. Tatsächlich kann es passieren, dass auch dieser Markt explodiert. Dass also gar nicht dieser Umweg hier noch mal gemacht wird. Der ist nicht zwingend. Ich halte ihn für typisch, aber zwingend ist er nicht. Nicht immer ist das, was typisch ist, zwingend. Aber weil viele im Moment auf der Short-Seite sind, nehmen wir mal an, der Markt geht jetzt doch. Lassen wir nochmal fünf gute Nachrichten kommen nächste Woche. Die Leute vergessen einfach irgendwie nach unten zu drehen. Dann werden die sich langsam aber sicher wieder eindecken müssen. Was heißt das? Wer Short ist, hat ja leer verkauft, hat sich Aktien geliehen oder entsprechende Futures für die Short-Seite öffnet. Die muss er irgendwann wieder schließen. Wenn einer eine Short-Position schließt, muss er kaufen. Das heißt, nehmen wir mal an, der Markt steigt. Dann werden die Sicherheitsleistungen, die sogenannten Margins immer größer, die man hinterlegen muss. Und dann sagt der ein oder andere, dann schließe ich die Position wieder. Damit tritt er als Käufer auf. Es ist also denkbar, dass dieser Markt nach oben hin explodiert, auch wenn die Marktteilnehmer das nicht wollen, weil sie müssen. Da sind wir bei dem CarMax-Beispiel. Da war es allerdings noch eine gute Nachricht zumindest mal. Aber selbst wenn die Nachrichten nicht mal so berauschend sind, wenn der Kurs weiter steigt, wird es ein Short-Squeeze geben. Das heißt, die Shorties, die müssen wieder in den Markt rein kaufen und damit pushen sie den Markt nach oben. Denkbar ist das. Das wäre jetzt so eine logische Erklärung. Ich bin ja ein Chart-Techniker. Ich argumentiere nicht logisch. Ich sehe, was die Marktteilnehmer machen. Aber das wäre der Hintergedanke, weil viele immer sagen, ja, aber das muss doch hier irgendeinen Grund haben. Gründe sind mir ehrlich gesagt egal. Für mich ist entscheidend, passiert es oder passiert es nicht? Weil ich bin an der Long- oder Short-Richtung interessiert, an einem Gewinn aus Einkauf und Verkauf. Warum ich gewonnen habe, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich muss ja nur die Differenz haben. Aber ich weiß, viele wünschen sich immer, erklär doch auch, warum irgendwie was passiert. Das wäre ein Argument, warum dieser Markt gegebenenfalls, auch wenn die Situation nicht so aussieht, nach oben hin explodieren kann. Wenn die Shorties da rein müssen. So, aber du redest doch immer so schlecht, sagen viele von den Märkten. Ja, das Bild sieht nicht gut aus. Aber es gibt null Anzeichen, jetzt ein Short zu eröffnen. Seht ihr hier irgendwie was? Also ich finde, dass das doof aussieht. Vom Herzen her ist das eine Short-Situation. Aber ich gehe doch jetzt, bitte doch nicht Short. Der Markt steigt doch. Welche Argumentation sollte ich denn haben, jetzt hier ein Short zu eröffnen? Im Tageschart. Auch das mache ich nochmal kurz groß, dass ihr das vielleicht besser sehen könnt. Nach wie vor gilt, wenn er das Tief vom 13. März durchstößt, dann spätestens bin ich mir sicher, durchstößt er das Tief vom 22. Dezember. Und dann bin ich mir auch ziemlich sicher, sehen wir das Oktober-Tief ebenfalls nochmal. Also 3500 beim Future. Aber bis dahin haben wir viel Platz. Eine Frühindikation gibt es auch hier. 22. März, Stichtag. Solange wir oberhalb bleiben, mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen für die Long-Richtung. Wenn wir da drunter gehen, mal gucken, nicht so gut. Weil dann sind wir abermals überschneidend. Wir waren hier schon überschneidend, konnten Leading sein, Pause. Wenn wir jetzt hier wieder überschneidend sind, das macht die Situation nicht attraktiver. Also da wäre ich sehr vorsichtig, wenn wir hier durchgehen, dann habe ich die Sorge. Aber dann haben wir bis dahin Informationen, wie er hier runtergegangen ist. Nämlich so oder so. Und dann machen wir uns Gedanken, wie wir damit umgehen. Auch hier gilt, entweder hier drunter stoppen oder eng stoppen, damit ihr diesen Rücksetzer nicht abwarten müsst. Das ist eure Entscheidung, wie ihr tickt. Ich stoppe tendenziell eher eng und mache lieber eine neue Position auf. Wir machen das bei uns mit unseren Engagements allerdings sehr häufig. Ihr seht das ja manchmal, in Born for Trading seht ihr ja unsere Trades, dass wir eine Variante haben mit engen Stop, eine mit einem weiteren Stop. So, also insofern so das übergeordnete Bild und so ein bisschen der Hintergedanke dazu, weil ich feststelle, dass da viele sich doch noch schwer tun. So, sorry, das Video ist jetzt lang. Jetzt abschließend noch ganz kurz. Das ist eine Short-Situation im ersten Anflug. Was ich jetzt bräuchte, ist wackelig nach oben. Und wer mich länger verfolgt, weiß, das wäre definitiv der Anlass, hier nochmal ein Short zu machen. An der Stelle. Und wer sich jetzt wundert, gerade sagst du, es ist ein Bullenmarkt. Leute, das ist ein 5-Minuten-Chart. Mein Ziel liegt dann hier. Das ist heute im Laufe des Nachmittags. Na ja, gut. Also idealerweise des Nachmittags. Vielleicht wird das auch erst am Montag dann aufgelöst. Ja, wenn er hier noch ein bisschen sich hinzieht, kann es sein, dass wir erst am Montag dann diesen Short machen können. Aber das wäre die Idee. Und ein Rücksetzer bis hier ist absolut ein typisches Bild. Ich mache mal das in groß. Es geht mir nicht so sehr um diesen Wert hier. Den kann ich euch noch nicht mal nennen. Ihr könnt den jetzt 4140, könnt ihr euch jetzt aufschreiben. Bringt aber nichts, weil ich weiß ja noch nicht, wo das Ende dieser Abwärtsbewegung ist. Es ist nur eine Annahme, dass er hier endet. Dann weiß ich noch nicht, wie hoch diese Korrektur geht. Geht die höher, ist auch mein Ziel höher. Geht die nicht so hoch, ist auch mein Ziel tiefer. Also dieser Wert ist im Moment noch belanglos. Aber worauf ich hinaus will ist, dann wäre der Kurs da. Das beschädigt das bullische Bild überhaupt nicht. Also bitte immer aufpassen, auf welcher Zeitebene ich das sage. Klassischerweise sind diese Videos ja eher für den kürzeren Zeitrahmen gedacht. Also was mache ich heute Nachmittag noch? Was soll ich bis nächste Woche machen? So ungefähr. Und nicht so sehr im, was mache ich denn jetzt im großen Sinne? Das machen wir auch immer wieder. Aber achtet darauf, dann rede ich über das große Bild. Tageschart, Wochenchart. Und wenn ich hier im Intradaychart unterwegs bin, dann ist das das, was für die nächsten Stunden da ist. So, ich hoffe, dass das ein bisschen aufklärend war und ihr damit was anfangen könnt. Ihr also eine Idee habt, wie wir auf die Märkte gucken, was unsere konkreten Vorstellungen sind und was wir daraus machen. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr die richtigen Entscheidungen trefft, dass ihr das gut umsetzen könnt und anschließend euch ein wunderschönes Wochenende. Nächste Woche sehen wir uns auf diesem Beitragskanal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.